Wir machen uns heute einen richtig schönen Tag, ja? Mama! Jack, du fährst drei Stationen mit der Rennwand und du musst ja umsteigen. Du bist toll. Ich hab dich lieb. Was ist denn mit Mama? Eure Mutter, die hat euch hängen lassen. Hallo, Yisana, ich bin grad nicht dahinter, das ist eine Nachricht. Der Hübsch. Hallo, Yisana, ich bin grad nicht dahinter, das ist eine Nachricht. Lass mich! Hallo, Yisana, ich bin grad nicht dahinter, das ist eine Nachricht. Hallo, Yisana, ich bin grad nicht dahinter, das ist eine Nachricht.